Und was da geht es auch mit Let's Play Final Fantasy 36 Ja, vorhin habe ich einen neuen Blitz für Sachen erlernt Den werde ich jetzt hier auch anwenden Ist allerdings... Nein, jetzt habe ich mich verkehrt eigentlich Ohohoho, ich habe links jetzt verkehrt links gemacht So, das müsste jetzt allerdings so richtig sein Chakra, den neuen Blitz haben wir erlernt Wie man sieht, die restliche Truppe Mit Ausnahme von Sabin selber Ja, nur genommen Hat eigentlich schon Sabin gut wie alles gelernt Weil ihm fehlt wirklich mehr viel Ich wünschte aber, ich könnte hier von der Insel runter Die Leute bekommen wieder ein Level Up Ja, und... Achso, Locke hat ein Level Up bekommen Das muss man gerade bei der Insel runterladen Ja... Das muss man gerade bei der Insel runterladen Ja... Und... 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 Wenn man 4 .... Oh jetzt basiert mal ... Wir haben auch noch was... und dann sowieso nichts. Dadurch haben wir uns jetzt mal abhause. Deswegen dann auch nichts mehr. Schon wieder ein Behemoth. So, auf dem Behemoth gehe ich diesmal zuerst auf. Aufgrund der Tatsache, dass der mit am meisten war. Ja... Wie man sieht, ist der Teil auch schon ordentlich Schaden. Allerdings wäre es mir lieber so... ...bereit von weiter... ...weiten oder wie... ...denn ich aber erst später im Spiel machen kann. Äh... ...irgendwann... ...wahrt... ...später im Level. ... ... ... ... ... ... ... ... Yep, das ist nicht schön. So, da haben wir auch eigentlich alle überlegen. Vorher in der Kampf da hat N.O.G. leider ins Nirvana wieder viel. Aber ich meine, du wasser. Das ist ein Schwert für den guten Siren, allerdings nicht sein bestes. Jo, der erste Drache. Von den Drachen... Schon wieder Quatsch, ich wollte sagen, aber es gibt's auch nicht mehr. Von den Drachen gibt's, ich weiß nicht, mehrere. Wobei die Drachen werde ich jetzt für den besonderen Fall sogar alle machen. Hilfe, 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 ich bin noch nicht bereit dazu. So viel Schaden. So viel Schaden. Wehe, jetzt kommt noch eine Drache. Ähm, na gut. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was man hier runter kann. Wenn mir jetzt eigentlich sehr gut geht. Ja Leute, mach doch schon Endes. Wie? Ich möchte Endes hier. Ich weiß nicht, was ich hier runter kann. Ähm. Ähm. Ja. Jetzt habe ich ihn... Ähm. Ähm. Jetzt habe ich ihn... Ich glaube, er... Ja, alles klar. Jetzt habe ich ihn nicht. Du hast ihn auch hier, um 150 zu vor. Nur in Potions. Aber ja, ja. Dann habe ich ihn auch wieder. Dann haben wir ihn auch wieder. Potions, oder wie? Oh. Minias. Ich brauche Minas! Na ja, ich brauche Wasserstrahl! Ich soll jetzt sagen, Wasserstrahl kann man auch verwenden indem man diese Schrift räumen wird Das ist eigentlich nichts Nö Habe ich nichts Aufs Nose Anschluss das Ninja Sterne Yay, Ninja Sterne Keinen Kompakt Du heile Scheibe Klar ist das Das geht Wenn die Werte Wie es funktioniert Ich glaube dann das kaputt Nein, er fällt natürlich nicht Ähm Seite mal Vielleicht ein bisschen durch ein Hilfe Nein Nein Die Peloppe Ich habe zu sterben Besiegt Ja Ja, so sieht es aus Wenn man besiegt ist Für die Leute, die es jetzt noch nicht wussten Äh Wenn ich mich mal wieder in einen Kampfbeginn Kommt schon Kommt schon da Du hast sogar Hass doch noch Dann beende Dann beende ich diesen Part Hier Ich gucke ob ich noch mal runter komme Und Vielleicht das eine oder andere Dann noch einkaufen Wie zum Beispiel Auf Potions Oder sowas Und ich sage bis zum nächsten Letzter Bis zum nächsten Mal Dann beende ich das